das sollte jetzt vielleicht besser laufen Dankeschön Also war doch nicht die Einstellung, ich habe jetzt einfach mal die Version gewechselt Wenn das jetzt immer noch das Problem ist, dann ist mein PC schuld Dann muss ich den CPU kaufen Ja, oder? Also hatte ich jetzt auch den Eindruck, es fehlt nur Musik Okay, oder es liegt dran, dass der Stream jetzt frisch gestartet ist Temperaturen sehen ja aus Also Die Raumtemperatur liegt bei 24,5 Grad CPU liegt bei 70 Grad Und die Grafikkarte liegt auch bei 70 Grad Nee, beim Streaming PC Machos Oh, also mal gucken. Du meinst, das? Okay, interessant. Also, ich kann's versuchen, aber... Das mach ich schon seit jeher so. So, da ist er. Eins, zwei, drei, vier. So, der braucht eigentlich nur Stahl als Input. Zehn Stück. So, da ist er. So, da ist er. So, da ist er. Wie kommt das am Schloss? Ich bin gerade am überlegen wie ich das mit der Fertigung hinkriege, dass ich 20 Stück hier eine Reihe Baller ohne dass da übertrieben viel Platz verbrannt wird. Oh, sorry. Straight up. Ich hab drüber nachgedacht. So. Okay. Was fehlt denn heute alles? Beim Server sind erstmal irgendwie so 30 Warnmeldungen drin. So. Ich könnte ein Output machen. Fünf Stück hinstellen. f Sek Mal. Ein Rund. Ich weiß, du bist wirklich ganz gut ich dort sehen. Ziem 000 visitor. Oh. Staub tra�� Teile des Dammt -ess 삼��ancen in der Hintergrund. Ja, ich bin ein Rund Raise oder geistert. Amazon So. Input. Output. Input. Und zwar, dass die Outputs einen nach oben gehen. Ach, die Inputs können ja trotzdem da bleiben. So. 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 Okay. Ah, ich glaube, ich habe eine Idee. Das muss ja auch eigentlich da hingehen. Okay. 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 Das müsste gehen. Ja, okay. So, dann kommt hier nämlich der Input hin. Äh, ne, der Output, so. So, das heißt, Stahl wird angeliefert, Teile werden abgeliefert. Und, okay, eins, zwei, drei, vier. Das sollte super passen. Also, das sollte super passen. Und, okay. So, also ich habe jetzt ein bisschen auf den Stream geachtet und das sieht eigentlich sehr gut aus. Vielleicht mal so ein kleines bisschen. Ja, also vielleicht war das auch nur eine Kombination aus allem. Vor allem hier Temperaturen und, keine Ahnung, das neue Beta-Branch oder sowas da verwendet worden ist. Das war's. 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 Das war's für heute. Oh. So, ich hab mal ne Frage. Würde es nicht eigentlich Sinn machen, überall nur noch diese Kreuzverbindung zu bauen? Weil's egal ist. Weil nirgendwo Flüssigkeit rausfließt und dann brauchst du dir keinen Kopf machen. Hm. 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 eigentlich nur auch related zu der, zu dem Twitch-Tool, weil die, der, der PC muss eigentlich nur ein Eingangssignal verarbeiten. Oh, Zuschauer, da hast du recht. Auf jeden Fall hast du damit recht. Das kann ich mir echt gut vorstellen. Ja, genau, der macht also eigentlich nicht viel. Oh, sorry. Ja, also ich, ich werde mal heute Abend eBay durchsuchen und dann mal gucken, ob ich da nochmal irgendwie ein CPU finde. Oh, no. Ja, genau. Okay. Ja, genau. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 So, was brauche ich denn hier? Alumin-Niedrig-Gedichte So, was brauche ich denn hier? So, was brauche ich denn hier? Nee, ist von A, ist Rock So, was brauche ich denn hier? Cool Habe ich hier noch irgendwo Stahl? Oh, ja Oh, ja Oh, ja Oh, ja Oh, ja Oh, alles leer. Achso, das ist ein B450M. Ich weiß gerade nicht welches, ah doch, Asrock müsse es sein. Oh, 4R 2.0. Oh. 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 Das ist das Mainboard. Oh. Also da sollte ich locker auch ein Upgrade draufkriegen. Ich erschrecken. Ich schrecken. Ja, ist mir auch erst danach eingefallen. Das war so so ein schöner Brainfart. Ja, auf das Board passt halt alles drauf, was ich haben will und was das Wichtigste war eigentlich die NVMe-Slots. So, und dann kann ich da eigentlich auch easy ein Upgrade vom CPU machen. Äh, NVMe-Slots. Ähm, das ist... Ich hab jetzt ein, äh... 1800X für 45 Euro gesehen. Okay. Äh, und was meinst du? NVMe-Slots? So. NVMe-Slots sind die Slots für die... Wie heißt das gleich noch? Für die, für die... Godbrainfart. Äh, für die Festplatten, für die neuen, die M2-Festplatten. Ja, a- Das war's für heute. Ist das Igneum leer? Also ich habe bei mir im System eine 500er als Systemplatte und eine 1 Terabyte Zeitplatte für Spiele und so weiter und mehr brauche ich eigentlich nicht und ja, aber erstmal wieder 160 Euro zusammenkriegen, das wird diesen Monat leider nichts mehr, aber das wäre eigentlich eine gute Idee, dass ich dann doch nochmal ein bisschen Geld zur Seite lege nach und nach für eine neue CPU, damit das da auch ein bisschen ausgerüstet ist und vielleicht kommt ja nochmal ein Angebot oder sowas. Ja, wenn man 6 NVMe Slots braucht, dann auf jeden Fall. Ja. 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 Ah, ich habe eine andere Idee. Also zu der ersten Sache Ach du hast nur vier Okay Ja das Board Je mehr Slots du hast Desto teurer wird's natürlich Aber ich brauche eigentlich nicht so viele In der heutigen Zeit Und diese Riesenerze Hast du wahrscheinlich noch nicht Weil du nicht die nächste Stufe Der Scanner freigeschaltet hast Die kommen hier unten Irgendwo hier Teloxidadern Und XFTE IG und MGadern Alternate Hardware CPUs AMD Zetieren und Bild an Sockel Ja Ja Äh Ah 40% Spare Ja Ja muss ich mir nochmal Durch den Kopf gehen lassen Aber das ist auf jeden Fall gut Dass ich da Angebot habe Ja Ja Vom Haus Lás wyn Ja Ja Also Ja K Ja, würde ich in dem Fall dann auch machen. Ja, aber, also ich wüsste aktuell keinen Grund, warum du so viel NVMe-Speicher brauchst. Ja, dein CPU hattest du gestern schon erwähnt. Das ist ein richtig gutes Teil, ich bin noch auf einem 5803, nee, X3D, so. Ja, okay, da macht es zum Teil Sinn, wenn man viele Projekte parallel laufen hat. Ich habe einfach nur einen Storage bei mir im Serverschrank stehen und der regelt das alles für mich. Ja, auf jeden Fall, deswegen habe ich mir den einzig und allein gekauft, nur um den Gaming-Anteil da drinnen zu haben. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Mega, ich habe überhaupt keine Probleme mit dem und Game Performance technisch ist der ja absolut genial 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 Ja, also einen Preis kann ich bei meinem Rechner nicht mit anhängen, weil das über die Jahre hinweg alles gekauft worden ist. Aber wenn man alles zusammenrechnet, wie der jetzt hier aktuell steht und alles kauft, sind das bei mir auch irgendwas bei 5.000 bis 6.000 Euro. Aber über eine Spanne von 4 Jahren oder so. Genau, also der nächste Schritt bei mir ist eine 5080 zu kaufen und dann der nächste Schritt ist dann einen neuen Bildschirm zu holen und dann 4K, OLED, HDR und, und, und. Und der kostet dann halt auch locker flockige 1.200 Euro oder sowas. Außer die Preise ändern sich jetzt noch in den nächsten ein bis zwei Jahren. Ja. 1.000 Euro ist ja auch in Ordnung, damit kannst du ja auch alles machen. Und, äh, damals sprechen wir ja von 2016 oder sowas, ne? Also, da ist das ja preislich noch völlig in Ordnung. Kannst du gerne machen, die ist auch, das ist ne 3080 TUF 1. Edition, heißt die, das Kaufdatum ist das Erscheinungsdatum aktuell. Quoten finde ich super. das kann sein ich bin aber eigentlich der Meinung dass das noch ging mit der aber ja ich hab die wahrscheinlich heiß gespielt und 1800 Euro ist auch ein super Preis eher so für mich jetzt aktuell im Mittelsegment aber was ich finde ist in dem Preissegment kannst du schon einen guten Anteil auf eine gute Grundlage an ja wie heißt das gleich noch an an Mainboard oder sowas richten, heißt dass du ein anständiges Mainboard hast und dann hast du später die Chance halt noch übelst zu upgraden wo bei mir mittlerweile bis auf Grafikkarte echt nichts mehr zum upgraden da ist weil alles andere ist dann eher so Richtung ähm hohe Kosten mit einem Bonus von 2% Leistungssteigerung oder sowas was ein bisschen blöd ist und auf was für eine Plattform willst du wechseln oder auf was für eine Plattform gehst du eher AMD oder Intel genau also die Upgrade Möglichkeiten sind halt noch gegeben ich bin der Meinung mit dem ähm und auch Benchmarks und so weiter geben das so weiter dass der 5800 X3D halt für den Gaming Sektor das Beste ist was es aktuell für die AM4 Plattform gibt und da brauche ich halt nicht mehr Upgrade ja super also mit AMD würde ich aktuell auch sagen machst du keine Fehler durch die Upgrade Möglichkeiten die auch noch in der Zukunft kommen bei Intel hast du jetzt in der jetzigen Generation das Problem ähm ich glaube jetzt ist wieder der Umschwung dass die ihre Chipsets ändern das heißt du kannst dann zum Beispiel den äh ich weiß nicht bei welchem Core die aktuell sind aber da kannst du dann nicht auf die nächste Generation upgraden so wie ich das noch im Kopf habe ja also Zuschauer genau so hätte ich das auch gemacht dann kannst du noch ein Grafik-Update machen und ähm ein CPU-Update dann später auch noch mal so in vier Jahren oder sowas ja der große Vorteil bei mir ist ich kann ähm den Kram als Ausbildungsinhalt mit auf die Arbeit nehmen und dort dann mit den Azubis meinen aktuellen PC dann zusammenbauen und äh kann das dann ausnutzen dass ich da alles vor Ort habe und ja ja vor allem auch also jetzt einfach auf die Azubis gesehen ähm ähm die lernen dann auch mal was Neues kennen weil bei uns sind alles nur äh fertig gebaute PCs auf der Arbeit und die haben dann halt mal die Chance auch mal was anderes zu sehen was jetzt nicht unbedingt äh pre-build ist und das machen wir eigentlich einmal ups einmal im Jahr kauft sich eh irgendjemand auf der Arbeit einen neuen PC und äh der wird dann als Ausbildungsinhalt äh genutzt ja oder der Azubi kauft sich einen neuen PC oder 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 also das funktioniert echt gut so und nächstes Jahr ist dann eigentlich mein PC dann wieder dran dann ist der lass mich lügen ja doch müsste eigentlich passen aber da bin ich halt hart am überlegen ob ich dann nicht eher einfach erstmal nur das Geld in eine Grafikkarte investiere und nach und nach dann einfach die die Umstellung mache so Solarmodule so was fehlt mir Energiezellen okay holen wir eben Energiezellen um mehr Solarmodule zu bauen ich glaube dieses komplette Set an Dampfmaschinen war leider völlig übertrieben und völlig sinnbefreit da die Ressourcen einfach viel zu schnell weggefuttert werden bevor man da eine Chance hat eine vernünftige Quelle aufzubauen ist eh am Ende wieder alles weg » « » das » « das be » pas » お願いします « Das war's. Ich seh' nur verrückt dann noch. So, das müsste ja reichen an... wow. So, das war's. Oh, als ob es geplant gewesen wäre, dass das genau passt. Alter. 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 So, jetzt stellen wir 28 Megawatt her. Nur über Solarmodule. Ja. Dann stellen wir hier noch mehr her. Wo habe ich denn hier gestartet? Okay, dann noch mal neue Bodenplatten. So, hier unten. Und dann müssen wir endlich mit denen... Ähm, eigentlich relativ weit. Äh, man soll eigentlich dazwischen irgendwie... Wie man hier sieht. Äh, Pumpen reinsetzen. Du kannst aber, wenn du V drückst, kannst du da drauf und dann siehst du, wie viel Rohöl in dem Rohr drin ist. Und dann, wenn du da, ich glaube, einen Punkt drin anschließt, dann geht das noch mal schneller. Ich, aber das mit den Rohrsystemen habe ich eh nicht so ganz verstanden. So, die produzieren nämlich... 1800 pro Minute. Man kann jetzt mal direkt an der Quelle gucken. Wie das da aussieht. Oh, das könnte vielleicht dran liegen, dass die Röhre voll ist. Weil nicht mehr verbraucht wird. Okay, weil vorhin liefen alle. Also da haben die bedeutend mehr produziert. Die Röhre voll ist so ganz verraten. Okay, hier ist so. Aber das, wenn du da bist... Wachst hier nicht so ganz verraten. Und? Ich glaube, du bist gerade nicht so. Untertitelung des ZDF, 2020 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 immer fleißig mit V auf alles drauf gucken Ja Drei Stück noch in der ZDF, 2020 Also kleiner Tipp, zwischendurch mal bei deinem Ulumitvorkommen mit V auf das Vorkommen selbst gucken, weil du dann sehen kannst, wie viel Restkapazität noch vorhanden ist und du dann entscheiden kannst, oh ich sollte vielleicht doch mal gucken, weil hier ist zum Beispiel 0,1 Rohöl noch vorhanden, wodurch meine komplette Treibstoffproduktion sich in Sand gesetzt hat und das sind nach wie vor noch die Nebenwirkungen, die wir hier haben, dass der nicht richtig will Ach, ich wollte Energie zünden Ach, ich wollte Energie zünden So, dann bauen wir jetzt hier die letzten drei Solarmodule noch ran So, dann bauen wir jetzt hier die letzten drei Solarmodule noch ran Und das sollten wir jetzt hier die letzten drei Solarmodule noch ran Und das sollten wir eigentlich Diese Pfosten, dass die automatisch kommen Ähm Ich glaube, die haben 20.000 Megawatt gebracht Ja Es wird geladen Die Dampfturbinen sind zwar noch nicht mehr so ganz gut Aber das Gute ist Die schalten sich jetzt nach und nach runter Manni, verbrauchen die Dampfturbinen eigentlich dauerhaft Brennstoff oder sagen die, oh ich, äh Unser Batteriespeicher ist voll, ich brauche keinen Treibstoff mehr Das wäre noch interessant zu wissen Das wäre noch interessant zu wissen Das wäre noch interessant zu wissen Ich war hier einfach viel zu groß und das Teil hat keine Chance mehr Ich bin sehr gespannt, was passiert, wenn wir bei 21.000 sind Ich bin sehr gespannt, was passiert, wenn wir bei 21.000 sind Genau, aber Wir müssen mal gucken, wenn wir den Speicher voll haben, ob die dann immer noch Treibstoff verbrauchen Ihr? Nie Ja Oh, gucken mal. Der verbraucht Treibstoff. Die drehen sich aber nicht. Obwohl, jetzt hat er angehalten. Er hält an oder läuft langsamer. Nice. Okay. 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, jetzt brauchen wir wieder Bodenplatten Ach, du meinst So eine Statistik So was wie Wie wir hier mit dem Strom haben Dass ich sehen kann Okay, hier wird so viel gebaut Ich hab so was Leider noch nirgendwo gefunden Aber Das wär Was geiles Was? Oh. Oh. So, ich bin grad am überlegen, wie ich diese Platten einfacher hinkriege. Äh, nicht die Platten, sondern... Äh, wo haben wir's denn? Die Roboter-Teile. Okay, das noch wegreißen. Oh, verdammt. So. 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 Intake, okay. Oh. Oh Gott. Wat ne Verkabelung. Ja und jetzt kommt das Schlimmste. Alle Fahrstühle verkabeln. Roboter-Teile. Ja und jetzt kommt das Schlimmste. Alle Fahrstühle. 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 Zwei Pulli mehr. Das geht doch hier oben. 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 Das geht ja oben. Das geht ja oben. Das geht ja oben. Das geht ja oben. Okay, damit haben wir. Das ist jetzt fertig. Und hier haben wir. Das ist das gleiche Problem. Das ist ja oben. Oh. Das ist ja oben. Das ist ja oben. Prozessoren. Okay. 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 , Okay. 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 , Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, wie baue ich das denn jetzt am geschicktesten? Das geht ja... Dann könnten wir eine Reihe hier weglassen. Hä? Oder wir bauen uns hier so... Ich glaube, das bauen wir eher so. Ich glaube, das geht ja... 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 So, so, so... Okay, Output in der Mitte... Also, eins, zwei, drei... So, so... So, so... So, so... So, so... So, so... Okay, ich sollte... Einmal den Kram hier loswerden... So, so... 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 Input, import, import... Import, import, import... Input... Und hier dasselbe... Und dann... Wir können für hier noch Output setzen... Meter, Meter, Meter... Okay, das hier Input. Okay, das hier. Geil, dann haben wir beide die Forschungspunkte. Und dann will ich direkt ab Fracking forschen. Auch wenn jetzt erstmal nichts passieren wird. Okay. 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 Das war's. Das war's. Oh Gott, das wird ja ewig dauern. Das ist Mahlzeit. Und einen Zwischenpuffer braucht man hier auch nicht. Weil das so lang ist. Dass das als perfekten Puffer wirkt. Das war's. 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 Oh. 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 Okay, letzte Schritte zum Forschungspaket. Nur noch die Prozessoren rüberbringen. Nice. So. So. Untertitelung des ZDF, 2020 Uh-oh Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, cool Wir haben endlich die Forschungspakete 5 fertig Und jetzt warte ich nur noch drauf, dass die hergestellt werden Die brauchen aber 20, nee 100, nee 80 Sekunden Wir haben gerade die Forschungsstufe oder die Fertigerstufe 2 Also die brauchen 80 Sekunden Okay I am Da kommt der erste Wagen Okay, habe ich hier Oh, ich habe hier kein Output eingestellt Da kommen die Forschungspakete Da kommen die Forschungspakete Und mal gucken, wie weit wir kommen und wie viele Maschinen wir erweitern müssen Nice Weil die verbrauchen ordentlich was, um Hier überhaupt die Produktion voranzutreiben Nice, cool Ja, dann können wir jetzt endlich anfangen Mit der Forschung Und ich habe die erste Forschung schon gestartet Das ist der Fracking-Turm Das will ich mir direkt als erstes angucken Okay Und ich habe hierutos Jetzt 120 Sekunden Das ist wahrhaft, dass ich dich nicht Und ich hab mich rausgeiten Und ich konnte nicht Es ist S was Oh Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Was brauchen wir denn dafür? Luft, Olomitgas und Wasser Wo wird das hergestellt? Chemischer Verarbeiter Da sollten wir eigentlich doch... Ich glaube, wir fangen hier als erstes mit dem Teloxiderz an. Bis zum nächsten Mal! Wir werden wirklich in H-D-Meter-R-R-G. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Höhöh WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Das war's. 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 So. Das war's. 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 Das ist. Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 Oh. Das war's. 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 So. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. Okay. Das war's. Okay. Alles. Das war's. und... andere Objekte. das ist. Okay. ... Das war's. Oh. Und wahrscheinlich gibt es. Das war's. Oh. kann. Ich will. Das war's. aus. sieht. Okay. ... 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 Fortgeschrittene Teile, okay. Okay, dann dir. Viel Spaß dabei. Je später es wird, desto kaputter im Kopf bin ich, desto weniger rede ich. Passt also ganz gut. Außer vielleicht die lauten Maschinen, die hier rumlaufen. Ah, okay. Das kriegen wir bestimmt irgendwie hin. Okay. 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 ... dass du dann hier, ich sag mal, drauf achten musst, wie verseucht dein Planet noch ist oder aktuell ist. Und wenn du den... Ja, genau, daran musste ich nämlich auch gerade denken. Und wenn du den dann zu sehr maltretiert hast, nennen wir es so, dann... ... schlägt ein Komet ein oder sowas. Also noch nochmal ein, 중... ..ich muss sagen, sehen wir uns hier schnell. ... ... ... Okay. Warum steht denn hier dieser Turm? Der hat ja zu nichts eine Verbindung. Und warum sind die jetzt weggeflogen? Die haben noch nicht mal Strom. Auf jeden Fall ist jetzt hier unser Hochofen, äh, Heißluftofen, Ansaugdingenskirchen fertig. Und irgendwo war hier Strom. Funktioniert das denn oder muss ich eher hier hinleiten? Okay, wir haben hier den hin. Das war so klar. 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 Oh. Oops. So. So. Okay, das sieht nicht gesund aus. So, dann gucken wir uns doch mal das Teloxid-Vorkommen an. Ah, endlich. So. Okay. Okay. So. Oh, oh. Pflanzer. Pflanzer. Oh. Äh. Manni. Gerade was rausgefunden. Wusstest du, dass wenn du zweimal Steuerung drückst, einfach Absturz? Dann geht das Jackpack. Das Jetpack aus. Ach, verdammt. Und ich krebs hier mit Steuerung rum. Das ist doch kacke. Das ist doch kacke. Da bin ich ja jetzt schon wieder fast von mir selbst enttäuscht, ne? So. Hier. Und gleich, wenn der fertig ist, kommt hier die Meldung. Nicht zentral aufgebaut. Bitte platzieren Sie das Gebäude erneut. Wuhh. Wow. Weil die gegeneinander geflogen sind, droppt das jetzt einfach irgendwo anders. So. Aber der Hochofen, das sieht doch... Also ich glaube, die beiden Sachen will ich nochmal bauen. Aber dass man mit der Fracking-Flüssigkeit jetzt bis da hinten hin muss. Und keine andere Möglichkeit hat. Vor allem auch hier, der Tank steht ja auch nichts dabei, dass der... Der erfordert ein Fundament. Das heißt, der kann nicht transportiert werden. Das wäre auch nice, wenn die einfach... Transportiert werden können. Was fehlt denn? Oh. 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 Also was brauchte ich hier für Stahlträger und Beton? So 600 Stahlträger und Heißluft auch noch mal Beton. Ja Glückwunsch. Ich will mir noch die Gebäude angucken. Fortgeschrittene Maschinenteile und Leiterplatten. So. How big ist der Hochofen? Braucht er ein Fundament? Ach du Kacke. Wo ist die Sache noch? Und da. 26 mal 26. 26. Danke wünsche ich dir auch und eine gute Nacht. Und dann auf jeden Fall bis die Tage. Tschüss. 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 So und wie groß ist der Ofen? 11 mal 17. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Den können wir jetzt noch bauen Okay Ach du Kacke Okay der hat überall Sicherheitsfugel Okay Okay Oh God Okay 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 Nee Ich hab leider kein Discord Im Moment noch nicht Da wollte ich mal gucken Ob ich da irgendwas machen werde Weil viele Leute dann nachfragen Aber aktuell hab ich da noch nix Okay 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 Jetzt entweder können wir Zentralstrom herstellen Und da unten einen Brenner betreiben Okay 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 Erstmal einfach so Ja Ja Kann man bestimmt ordentlich was mit verbrennen Verbrennen Okay Okay Aber jetzt erstmal die Fracking Geschichte Okay Okay Keine Netzwerkbindung Ja das kann ich verstehen Okay So Jetzt ist der Fracking Turm mit Strom versorgt Der verbraucht Strom Streben verweilen Strebenbau Okay 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 Well Aber So, das ist ein Bliband. Okay, ich hab noch elf Röhren. Yay, kriegst du die schon auf der Karte angezeigt? Also hast du danach schon geforscht oder noch nicht? So, Röhren brauchen wir. So, glaube ich. Also das neue Jam Pack Update macht sich echt bemerkbar. Oh. Oh. Ah, super. Das ist dann zumindest bedeutend entspannter, dass das dann so vorangeht. Das ist dann schon wieder. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, eigentlich wollte ich nur auch noch weitere Stangen. Oh. Ist das Erz alle? 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 ja... ist das Erz alle? yeah... So. So. Und jetzt haben wir den Fracking Tower angeschlossen und da bin ich jetzt echt mal gespannt, wie der abgeht. Und eine Überlegung hatte ich schon, ob man hier einfach einen Fracking Tower hinsetzt und dann daneben einen Hochofen und dann direkt hier vor Ort alles produziert. So. Ich hoffe, ich habe keinen Fehler gemacht. So. was mir hier auf jeden fall noch fehlt ist ein tunnelbohrer dass man zum beispiel die ganzen kabel hier und leitung zum beispiel und da kam es daran dass man die unter der erde legen könnte ja und das was ich da gerade gesehen habe ich glaube da krieg ich ein herzeffekt bei aber der bord schon wieder da bin ich jetzt mal gespannt weil im fracking tower sah das gerade so aus als ob ich viel zu wenig fracking flüssigkeit herstelle könnte jetzt natürlich daran liegen dass ich von denen hier noch keine habe dass ich vielleicht eher auf die gehen sollte er bauten plus auf und zu reichne fressy so fracking tower so fracking tower wie hießen die noch mal nicht tiefpumpe sondern so fracking tower ein erzader oh ja ja aber hier stehen nicht hier Au Er produziert wieder Er 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 Das war's für heute. 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 Oh, Kupel. Kernabbau. Ah, pro... Pro Bohrer verbraucht er dann 5. Okay. Deswegen verbraucht er jetzt 20. Und der ist auch an der Ader. Ah, 5 im Grundverbrauch und dann jeder weitere Erdschürfer 5 dazu. Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ja nicht mehr feierlich. Das war's für heute. Wie sieht eigentlich Stufe 0 aus? Ja, das habe ich schon erforscht. Ich will mal Stufe 0 rausfinden. Äh, das ist 3. Untergrund für 0. Oh, für 1. Stationen zufügen. Minus 2. Mining. Und 19. Bestätigen. Wow und dann löscht er die Das kannst du echt nicht weiter erzählen Dass er das dann einfach löscht Ja ja weil ich da drunter wahrscheinlich noch irgendwie hier Gebäude ja hier siehste die Gebäudeblöcke Die machen die Probleme Und dann macht er wirklich nicht weiter aber Dass er dann auch die Einträge dann einfach raus löscht Weil ich hab's ja jetzt gelöscht S2 Weil jetzt fährt er runter Ah, ich muss ja hier nur meine Bodenplatten entfernen, das war ja easy going. Nur, dass er den Inhalt dann rauslöscht und mich nicht runterfahren lässt, das finde ich halt gemein. Aber er sollte jetzt bis Höhe 19 runterbauen und dann nochmal bis Höhe 0 oder 1, weil ich will mir mal Höhe 1 angucken. Höhe 19 müsste er eigentlich ein Erz gefunden haben. Ja siehste, Höhe 19, Erz, da hat er auch noch Erz. Und mit den Tunneln, man könnte sich natürlich mit Sprengstoff einfach durchsprengen, wo man hin möchte, aber irgendwie ist das auch nicht das Wahre. Außer natürlich jetzt auf Stufe 0. Oh. Wieso? Ja, wir müssen jetzt wieder auf Stufe 1 fahren, weil wir da TNT hingeschmissen haben. Das sieht ja cool aus. Ich hoffe, ich kann das aufheben. Aber es wäre cool, wenn es hier einen Untergrund gibt, wo freie Fläche ist, dann kannst du da einfach deine Kabel verlegen. Bohrst mit dem hier einfach nach unten, machst das dann und fährst wieder nach oben. So, wo habe ich das TNT hingeschmissen? War ja klar. Zum Glück habe ich den hier vorher abgebucht. Oh. Vielleicht nicht da hin. Aber hier hin. Gut. So, und jetzt schmeißen wir kein TNT. Fangen wir runter auf Stufe 1. Gucken da mal nach. Und man könnte natürlich jetzt so die ganze Zeit weiterfahren. Ah, da brauchst du ja echt ewig und drei Tage für. Da hätte ich auch keine Lust drauf, muss ich sagen. Ach, äh, auf minus 1 wollte ich, äh, oder auf 1 wollte ich einfach nur mal gucken, wie der Boden aussieht. Und hier ist eine Erzader. So, ich weiß nicht mehr. Okay. Ich weiß nicht mehr. Okay, das wird ja auch mal gucken. Und dann ist das Schaden. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Okay, aber ich habe keine Bodenplatten mehr, deswegen machen wir jetzt hier nichts. Aber da könnte ich dann nochmal zwei Erzbohrer dran anschließen. Wie das hier aussieht mit dem geraden Strich, ey. Ja, und der nächste Schritt ist dann, als erstes glaube ich, Technum anzugehen. Ja, und dann mal gucken. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay Ja, das Teil müssen wir dann irgendwann später mal in Angriff nehmen Das sieht ein bisschen übertrieben aus Oh, das ist ein super Screenshot Hier wird es ein super Screenshot Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Cool Wie sieht das hier aus? Wir haben über 2000 Stangen, das heißt Nice Ja und als nächstes kommt dann die Der Service Roboter verkauft, das wird Ja Das wird super So So Als erstes Oder als nächstes kommt dann das Alter ist das Also wir müssen hier unten hin mit einem Frackingrohr und hier mit einem Frackingrohr hin Die beiden anschließen Fracking lassen Und dann Könnte man sich das Technum vornehmen Und das auch anschließen Dann könnte man da Gehen Und dann nach rechts Boah da habe ich einen Funkel zu Ja Und wenn wir das dann fertig haben Dann können wir uns mal um die Roboter Teile kümmern Naja Aber Ich würde für heute Feierabend machen Das ist schon wieder Halb eins Oder 20 vor eins Und das ist ganz schön spät Und ja Morgen geht es wieder Früh raus Zwar nicht zur Arbeit Aber Irgendwie wollte morgen noch ein Kollege rumkommen Da mal gucken Was dann da so ansteht Genau Oh Zum Moppet Oh Gott Moment Hier ist alles so laut Zum Moppet Gibt es noch keine Information Die einzige Info Die ich jetzt habe Ist Dass die Montag dahin wollten Also So gesehen Morgen Und Dann mal gucken wollen Mit einer neuen Batterie Das Ganze Aber das kommt halt drauf an Ob die Batterie Montag geliefert wird Oder nicht Aber Das ist der Plan Montag oder Dienstag Wird Eine neue Batterie eingebaut Und die Maschine Gestartet Weil ich fahre jetzt nicht noch mal Umsonst Zwei oder drei Stunden Im Auto Durch die Gegend Nur um festzustellen Dass das Motorrad nicht angeht Ähm Deswegen Das machen die Montag oder Dienstag Und dann habe ich neue Infos dazu Genau Aber so für heute War es das dann Erstmal Definitiv Ähm Ja Ich habe ein Messgerät Das Ähm Nehme ich auch extra mit Ich habe Kollegen noch gefragt Ähm Wo ich das an der Batterie Anschließen muss Oder an An der Ähm Lichtmaschine Ähm Dass ich sehen kann Ob die Maschine Oder die Lichtmaschine Auch arbeitet Oder nicht Ähm Da wollte ich auch Sicher drauf gehen Nicht dass ich dann irgendwie Mit voller Batterie Losfahre Und durch einen dummen Zufall Entlädt die sich Aus irgendwelchen Gründen Auch immer Und ich Hock dann da Zwischen Zuhause Und Hannover Am Seitenstreifen Auf der Autobahn Und komme da nicht weg Genau Und dann irgendwie Sagte er Mit Äh 14 Volt Müsste die dann Anliegen Irgendwie zwischen 12 und 14 Volt Irgendwie Genau Das sagte er Dann Gut Dann habe ich das doch noch Richtig im Kopf Ne aber das Ich habe ihn extra Deswegen Äh Gefragt Er ist den nächsten Tag Mit dem Motorrad Gekommen Und äh Hat mir das gezeigt Wie man das Äh Dann da misst Okay super Dann ist das richtig So wie ich das im Kopf Habe Hatte Aber Nächste Woche Sonntag Wird die dann abgeholt Hoffentlich Klappt das Ähm Ich habe mir hier Für zu Hause auch noch mal Ein Batterieladegerät Und 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 geholt Und äh Termin bei der Werkstatt Ist verschoben Auf übernächste Woche Und äh Die Gucken dann einmal drüber Und sagen mir dann Ob sie die da behalten wollen Oder nicht Und dann Äh Gucken wir mal Ja Ja Aber so ist Der Plan Ich bin Voll vorbereitet Und hätte sie eigentlich Donnerstag schon hier haben können Naja Was soll's Naja aber Ich werde jetzt In die Haier gehen Ähm Und Wegen morgen Muss ich mal gucken Ähm Da wird's leider Keine 14 Uhr Oder 15 Uhr Ähm Das wird wahrscheinlich Ein bisschen später Ähm Der Kollege kommt da Irgendwann rum Und äh Ich weiß nicht Wie lange er da bleibt Ähm Das will ich jetzt auch nicht Irgendwie zeitlich abhängig machen Deswegen Kann ich nicht sagen Wann ich dann morgen Den äh Stream starte Aber Morgen bin ich auf jeden Fall Wieder am Start Also Macht es gut Gute Nacht Danke fürs dabei sein Und dann auf jeden Fall Bis morgen Und danke für Das Durchstehen Der technischen Probleme Genau Also Gute Nacht Und schönen Abend euch Tschöriö Ja ich habe leider Keinen Hängerführerschein Und die Kollegen Dafür hatten leider Auch keine Zeit Das ist die zweite Option Für Sonntag Da Ist Der Ähm Wie heißt das gleich noch Der Kollege auf Abruf Heißt wenn ich irgendwo Liegen bleibe Äh Kann der sofort losfahren Und mich abholen Mit dem Anhänger Und ähm Also einen richtigen Motorradabhängen Äh Motorradanhänger Also das ist Ich Ich komme safe an Ja Ich Ich habe noch nicht Mein Auto Das habe ich vor zwei Jahren Verkauft Also deswegen Ja Ja Ich bin nur mit dem Fahrrad unterwegs Und jetzt halt dann Motorrad Aber Sonst nur Fahrrad Und Bin damit mehr jetzt gefahren Als mit meinem Auto Also Mit meinem alten Auto Also das passt Genau Genau Aber Heute ist es dann erstmal Und dann Fahrt vorsichtig Und Gute Nacht Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal